Nix aus dem Giftschrank. Schade. Oh, ich hab da so viele Sachen. Hör auf! Johannes, wenn Vincent heute kein Sänger wäre, dann wäre er... Jetzt in die Kamera raus. Ja. Skater hab ich gemacht. Skater. Ja, skatender Kellner würde ich sagen. Passt schon ganz gut. Skater. Ah, ich weiß. Traum, leb dein Traum. Ja, hätte ich versucht, hätte ich versucht. Ich glaub an dich. Ich glaub an mich. So, Jerome, weiter. Vincent, auf welchen Song von sich selbst ist Johannes besonders stolz? Jetzt aktuell gerade? Ja. Ja. Jetzt aktuell gerade, ne? Mhm. Die Gummenseiten. Ich dachte, das wär der Gag jetzt. Ach so. Ach so. Ich dachte... Was hast du denn? Ja, ich hab Gutzeiten. Ja, dann mach ich's auch gleich. Was hast du denn? Mittendrin. Oh. Ach so doof. Du hast mir voller Stolz erzählt, dass du den Udo Lindenberg geschrieben hast und warst super stolz auf das... Ja, aber die Brücke hab ich gar nicht gekriegt, weil da gehen wir wahrscheinlich um einen Song, der so für mich, den ich auch singe wahrscheinlich oder was? Ja. Oder den ich geschrieben hab nur. Egal, komm. Ja gut, da geht's. Also hier drauf ist Johannes sehr stolz. Mittendrin von Udo Lindenberg. Super. Habe ich noch die Demos gehört. Oh, Vincent. Was ich geschrieben hab. Ja, ist auch. Hat Udo gesungen. Ja, ist Willen. Johannes, was ist Vincent' geheimes Talent? Bier-Echsen. Ja, ob das so geheim ist? Ich würde sagen, Geheim-Internet hab ich eh nicht, aber schön, dass uns beide da nichts einfällt. Das spricht sehr für mich. Ja, das Geheime. Du stellst ja auch alles, was du kannst, zur Schau. Alles ist nett. Das ist ja auch richtig so, aber... Geheimes Talent. Mhm. Okay, warte, ich hab was. Gern die Lucha ziehen. Da lachst du, ne? Du musst so lachen, ne? Ja, du hast nix. Rechnen. Rechnen. Er kann wahnsinnig gut rechnen. Er ist sehr schnell in der Birne, was so Kopfrechnung anbelangt. Krass. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich auch. Also ich wusste auch nicht was. Aber das ist ja ein geheimes Talent. 2 bis 4. 2 bis 4. So. Okay. Vincent. Was ist Johannes' meistgenutzte Emoji? Soll ich die jetzt malen oder was? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Kann man das erkennen? Kann man das erkennen? Kann man das erkennen? Also bei mir. Das soll ein Tropfen sein. Oh, die mach ich auch gerade. Fertig. Ja. Ja. Also. Das ist ungefähr der gleiche Emoji. Ja, das ist so. Der hat doch zwei Tropfen neulich. Der lacht. Das sind nur zwei, ne? Ja. Ich dachte, das sind paar mehr, ja. Ja, den schickt er immer. Aber weil ich halt auch so lustige Sachen schreibe. Und dann muss halt immer den... Ja, und das muss schnell gehen. Ja, ist ja lustig. Okay. Johannes. Wie kann man Vincents Herz gewinnen? Wieso weißt du da so schnell was? Wieso weißt du da so schnell was? Jetzt schmeißt du, ich schreib nicht so einen emotionalen Scheiß. Denk mal ein bisschen pragmatisch, Junge. Hey, wurde eine Frage gestellt. Also. Elotrans und Aspirin. Google mal. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Google mal, was das ist. Weil das sagst du mir immer und ich krieg's nie von dir. Obwohl, nur wenn ich bei dir schlafe. Ich jubel dir das immer unter. Ja. Du merkst das schon gar nicht mehr. Misch dir das unter das Essen. Aber das ist ganz, ganz süß, dass Johannes immer, wenn wir zusammen feiern gehen. Und das passiert nicht oft. Aber wenn wir jetzt dann was trinken, dann mischt er mir immer so, nach jedem achten Bier kommt immer von ihm ein Glas mit Elotrans. Das mach ich sonst nicht. Nicht nachmachen, Kinder. Elotrans und Aspirin. Die Stulle morgens war geil. Ja, stimmt. Die Stulle hab ich mir auch schon geschmiert. Ich bin verkartet aufgewacht und er war mit ein paar Stücke Brot da. Geschmiert dann bitte. Das ist schon. Vor allem war es der Test mit der Opfer, das war vegane Mortadella. Ja stimmt. Du wolltest sie nicht essen. Und schmeckt's? Die musste weg. Die musste weg. Und dann... Wie schmeckt's? Der hat aber schon gewusst, dass das vegan ist. Weiter. Okay, Vincent. Welcher Song läuft in Johannes' Playlist rauf und runter? Alter, das können... Das sind so viele. Ich mein, ich hab ja zum Glück Johannes' Playlist geschickt bekommen, die wir auf dem Roadshop auf Wunder gehört haben. Ich... Ich nehm mal... Ich nehm mal... Ich nehm mal einen. Ähm... Das sind echt so viele. Ähm... Wir hören ja nicht nur einen. Wir hören ja immer durch, oder? Ja, wir hören ja alles Mögliche durch. Weiter. Ich hätte jetzt Craig David gesagt. Craig David? Craig David. 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 Ja, Craig David. Stimmt, haben wir aufgehört auf dem Turnstrips. Die alten Sachen von Craig David. Kennt ihr junge Leute gar nicht mehr, ne? Jerome? Ne. Wie alt bist du? 19. Ja. Ich hör heute mal rein. Weiter. Johannes, welche Serie könnte Vincent immer und immer wieder gucken? Er guckt nicht so viele Serien. Ne, ich guck gerade gar keine Serie mehr. Pfff! Ähm... Soll ich dir was vorsagen? Habe ich noch nie in meinem Leben geguckt? Na gut. Friends, finde ich, kann man immer gucken. Die letzte Frage. Vincent, was ist Johannes' geheimes Talent? Ich schreib jetzt nichts Falsches, Digga. Nichts aus dem Giftschrank. Schade. Oh, ich hab da so viele Sachen. Hör auf. Johannes hat viele geheime Talente. Bei mir sind die alle öffentlich. Bei Johannes gibt's einige Sachen, die ich weiß, die... Hm, schade. Ja, dann... Die sollen ja geheim bleiben. Die Talente. Oh, Mann, ey. So was selber über sich zu schreiben ist hart. Ähm... Oh. Meine Schrift kann man nicht lesen. Ich lese da vor. Spanisch. Was sagst du? Menschen imitieren und Blasinstrumente mit dem Mund nachmachen. Ah. Ja. Also... Alle Blasinstrumente und vor allem alle Menschen imitieren. Das ist so geil. Wenn wir über Leute quatschen, der will dann jemand nachmachen, ist es als wenn Peter neben mir sitzen würde. Das ist ja mal... Das kann ich jetzt nicht vor dem Maske. Aber es ist gut. Es ist ein guter Abendgag immer. Aber ich sag mal so, wenn Rainer Kallmuth jetzt hier wäre, ne? Schönes Stück Fleisch auf dem Teller. So ist Hollandaise drüber. Und ein bisschen ausgelassene Butter. Mh, à la Bonneur. Kein Pipapo, kein Zipp und Zapp, kein Kleiderdatsch. Einfach leckeres Stück Fleisch, ne? Huh? Huh?